Einen ganz wundervollen guten Tag und willkommen zu einer Runde Praxismathe, ja, mit Mengenlehre und den ganzen Operationen, die wir in den letzten Videos hatten und natürlich Python, weil Python quasi, ähm, Mathe in Pseudocode baut, also es ist halt wirklich eins zu eins genau das. Ich habe hier mal unsere beiden Mengen A und B nachgebaut, natürlich nicht so schön grafisch, ja, aber, ähm, die Mengen 1, 2, 3, 4, oder die Menge A ist definiert als 1, 2, 3, 4, 5 und Menge B ist 4, 5, 6, 7, 8 und genau die kann ich jetzt hier miteinander kombinieren und zwar tatsächlich übrigens diese Sonderzeichen kann man hier sogar reinkopieren, sogar das Elementzeichen, ähm, und das Nicht-Elementzeichen, was mich wirklich gewundert hat, super geil, wollte ich nochmal kurz an der Stelle anmerken, weil mich das fasziniert hat. Ich kann die jetzt sehr, sehr leicht miteinander kombinieren, indem ich ganz einfach sage, A Punkt Intersection mit B, mach mal bitte A geschnitten mit B und das ist schon die erste, also das ist dieser Schnitt hier, ja, Intersection heißt so viel wie Schnitt auf Englisch und das ist schon genau das, was wir hier machen wollten. Wir wollten A mit B schneiden und haben 4 und 5 rausbekommen. Das sind die Elemente, die in beiden Mengen drin sind. Ähm, keine Sorge, ich werde natürlich noch ein bisschen tiefer reingehen, als euch einfach nur die Methoden zu zeigen. Ich wollte es aber einfach mal ganz kurz anreißen, dass Python schon alles vordefiniert hat. Auf Englisch heißt Vereinigung Union, das heißt A Punkt Union B gibt euch die Vereinigung von A und B und dann sehen wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. 4 und 5 sind nicht zweimal drin, weil ihr erinnert euch, eine Menge kann ein Element nur einmal beinhalten. Und hier geht es um wirklich die exakte Gleichheit des Objekts, das heißt, wenn 4 und 5 gleich sind, dann werden sie auch gleich behandelt, während 4, 0 und 4, das sind in dem Fall auch zweimal dieselben Elemente. Ja, also Python ist intelligent genug, um die Datentypen miteinander zu verwurschten und zu sagen, hey, okay, 4, 0 und 4 ist halt doch dasselbe. Okay, die Differenz kann ich auf zwei Arten machen, nämlich A Differenz B und B Differenz A. Dementsprechend hier macht es einen Unterschied, welches von beiden ich nehme und wir haben hier selbstverständlich die Möglichkeit Differenz zu benutzen, ja. A Differenz B oder B Differenz A und das können wir auch ausführen und das funktioniert wunderbar. Also 1, 2, 3, das ist natürlich A ohne die Dinger, die in B drin sind oder 8, 6, 7. Wie gesagt, die Dinger haben keine Reihenfolge eigentlich, deswegen 6, 7, 8 wäre die ursprüngliche Reihenfolge und zwar auch wieder hier ohne 4, 5, weil die natürlich auch in A drin sind. Also die sind quasi schon vordefiniert und bevor wir jetzt hier weitergehen und die symmetrische Differenz machen, lasst uns mal überlegen, wie das als Code aussehen würde. Und hier sieht man dann irgendwann schon, dass eigentlich die Python-Implementierung sehr, sehr nah an der mathematischen Schreibweise dran ist. Deswegen benutzen viele Mathematiker auch ganz gerne Python zum Code schreiben und viele Forschungsarbeiten werden auch in Python geschrieben, weil es halt quasi mathematische Schreibweise ist, fast zumindest. So, also wir gehen jetzt einmal her und schreiben die Intersection wirklich so, wie wir es haben wollen, ja. Das heißt, wir definieren uns ein neues Set, nämlich, ähm, schreiben wir einfach mal direkt hier ins Print rein. Das ist quasi unsere geschnittene Menge und jetzt gehen wir hier wirklich so vor, wie wir es hier auch hätten. Also ich kopiere das jetzt legit einfach mal und natürlich kann ich hier nicht x Element A schreiben und x Element B, das geht nicht. Was ich aber machen kann ist, ich kann schreiben x vor x und dann kann ich weitermachen. Also x vor x, das funktioniert schon mal. So, jetzt geht Element nicht unbedingt, aber ich kann schreiben x vor x in A and, das ist ja das logische and, x in B. So, und das wäre jetzt die reine Übersetzung der mathematischen Schreibweise. Ähm, funktioniert nicht ganz. Ich kann es ein bisschen umschreiben, dann hätte ich hier so ein kleines bisschen, okay, wenn x in A ist und x in B ist, das wäre die andere Variante, wie ich das schreiben könnte. Es funktioniert nicht ganz. Aber, was ich machen kann, ich kann schreiben, if x in B. Das heißt, ich kann schreiben, ich nehme gerne jedes einzelne Element in A, falls es auch in B ist. So kann ich quasi dieses und hier formulieren. Und es ist ein bisschen anders geschrieben, aber ich muss halt erstmal eine Baseline haben, ja. Ja, welche x kommen denn überhaupt alle erstmal in Frage? Das sind alle x, die in A drin sind. Ja, und das ist quasi einfach so Compiler-Schreib. Ähm, ich muss erstmal wissen, was überhaupt alles in Betracht gezogen werden kann. Ich kann jede Zahl in Betracht ziehen. So, deswegen geht das halt nicht so ganz. Deswegen muss ich schreiben, also ich kann nicht einfach schreiben if. Ja, und deswegen funktioniert das nicht. Ich muss erstmal schreiben, okay, ich hätte gerne jedes, ähm, jedes x, das in A drin ist. Und dann muss ich halt noch eine Bedingung hinzufügen. Das x muss halt auch bitte in B drin sein. So, wenn wir uns das jetzt mal angucken hier, dann kriegen wir auch 4,5 rein. Das ist quasi fast die Schreibweise, die ich hier in der Mathematik auch habe. Ein bisschen abgewandelt, weil es halt doch eine Programmiersprache ist. Übrigens eine ganz kurze Sache will ich euch auch noch nicht verheimlichen. Und zwar, ähm, man kann in Python auch dieses und darstellen. Das und steht allerdings direkt für die Intersection. Also von dem her ist es ein bisschen, ähm, joa, einfach gedacht, dann das als wirkliche Implementierung für die Intersection zu schreiben. Aber im Endeffekt kann man dieses und schreiben. Das heißt, die Schreibweise A und B ist im Endeffekt schon die Schnittmenge zwischen A und B. Also x vor x in A geschnitten B liefert mir natürlich die Schnittmenge A geschnitten B. Ich kann aber auch einfach hierher gehen und sagen, hey, ich würde ganz gerne hier einmal das hier bekommen. Das ist dann genau dasselbe. Also das ist quasi die Kurzschreibweise für die Intersection. Deswegen, das zähle ich jetzt nicht so direkt als Implementierung hierfür. Okay, ähm, für die eigene Implementierung von Union hingegen muss man ein bisschen weiter kramen. Es gibt hier selbstverständlich auch eine extra Schreibweise und diese Schreibweise hier basiert auch auf der logischen, auf dem logischen Operator, den wir hier benutzen. In der mathematischen Schreibweise verwenden wir für die Vereinigung den Oder-Operator. Klar, x kann in A sein oder es kann in B sein. Und wir können das genauso gut machen, indem wir hier A oder B schreiben. Also das heißt, eine Veroderung von Mengen sozusagen. Und dann haben wir das hier natürlich. Ist aber keine richtige Implementierung von Union, sondern ruft intern eigentlich die Funktion Union auf. Wenn wir wirklich eine eigene Implementierung haben wollen, müssen wir ein bisschen mehr machen. Ähm, dann müssten wir hier erstmal anfangen mit einem Result Set oder einem, ich könnte auch einfach Union Set schreiben. Union Set. Und das würden wir als Set definieren. Übrigens, hier hat mich jemand clever darauf aufmerksam gemacht. Das ist natürlich, ein Set ist in Python nicht automatisch definiert durch die leeren Klammern. Das würde standardmäßig ein Dictionary bauen. Ähm, wobei Dictionaries und Sets sich sehr ähnlich verhalten in sehr vielerlei Hinsicht. Und deswegen, die kann man, ähm, ja fast schon zusammenzählen. Okay. Ähm, nun, wir wollen ja den Union Operator nicht verwenden. Fügen wir einfach alles, was in A ist, unserem Set hinzu. Das heißt, was wir hier machen könnten erstmal, wäre, wir sagen, ähm, x vor, ups, x vor x in A. Das wäre schon mal die erste Menge komplett gemacht. Das heißt, wir fügen jedes Element aus A hinzu. Ähm, wichtig ist, dass bei den Operatoren neue Mengen generiert werden, ja. Wir verändern A und B nicht. Wir bauen neue Mengen. Deswegen haben wir hier einen definiert als neue Menge, ja. Das ist quasi die mathematische Definition hinten dran. Und jetzt machen wir noch weiter und sagen hier, form, ähm, i in B, also für jedes Element in meinem B, fügen wir dieses Ding in unser Union Set hinzu. Das heißt, Union Set.add i. So. Das heißt, wir fügen einfach alles aus A hinzu und wir fügen alles aus B hinzu, ohne den Union Operator zu verwenden. Und, ähm, ups, am Ende bekommen wir selbstverständlich in unserem Union Set die Vereinigung. Ups, ähm, das war die Deepak-Variante. Ist egal, macht nichts. Ähm, und jetzt haben wir natürlich hier trotzdem jedes Element nur einmal. Weil, wie gesagt, wenn ich Elemente halt doppelt in einem Set drin habe, dann funktioniert das so, dass wir einfach die doppelten Elemente rauswerfen. Jedes Element kann nur einmal drin sein. Okay, ähm, und das ist sozusagen unsere, unser Union Operator. Bei der Differenz, ähm, werde ich mir jetzt hier ein Beispiel rauspicken. Das wäre einmal das obere Beispiel hier. Das heißt A Differenz B. Und wir haben als mathematische Schreibweise X in A und X nicht in B. Ja, gut, ähm, ich würde mal sagen, ihr seid da auf einem Nenner wie ich auch. Wir können hier einfach uns dieses Set von der ersten Aufgabe kopieren. Füge alles aus A hinzu, wenn X not in B ist. Ja, dieses Nicht-Element ist einfach ein not in. Und, ähm, und, äh, dann haben wir selbstverständlich genau das gemacht, was wir bei der Differenz auch haben. Und schon ist das auch gemacht. So, und jetzt haben wir natürlich noch ein Problem. Jetzt müssen wir die symmetrische Differenz noch bauen. Und auch hier können wir uns wieder auf die mathematische Schreibweise verlassen und einfach eins zu eins das nachbauen, was wir hier auch schon bekommen haben. Also, ich mach das wirklich buchstäblich mal. Und zwar, wir sagen, äh, ganz einfach die Differenz von A bitte. Also, wir machen das jetzt hier tatsächlich auch in Klammern. Und wir machen alles in einer einzigen Zeile. Versuch ich zumindest. A und die Differenz von B dann davon. Und das Ganze wollen wir selbstverständlich union mit B und der Differenz von A. So, also im Endeffekt ist das die Verkettung von diesen ganzen Dingern, ja. Das ist dieses erste Teilchen hier. Das ist A mit der Differenz von B. Eigentlich brauchen wir die zweite Klammer hier gar nicht. Ähm, A mit der Differenz von B. Das ist das hier vorne. Das, was da rauskommt, will ich vereinigen mit B und davon die Differenz von A bitte gezogen. Und, ähm, das ist einfach die mathematische Schreibweise hier eins zu eins in Code übernommen. Und dann haben wir hier eins, zwei, drei, sechs, sieben, acht. Also, natürlich kann ich das jetzt auch nochmal, äh, von Hand ausrechnen. Aber ich muss nicht. Ich kann es auch einfach dabei belassen. Wir machen das jetzt trotzdem, dass wir das Ganze nochmal von Hand versuchen, zumindest. Ähm, und wir haben hier ein SimDiv, das SimDiv-Set erstmal. Definieren wir uns erstmal als ein Set natürlich, beziehungsweise Dictionary, wie auch immer. Ein Set, ähm, in dem wir A ohne B drin haben. Vereinigt mit B ohne A. So, das heißt, wir bauen uns hier alle X rein. Für die gilt X, ähm, X soll bitte in A sein, falls X nicht in B ist. Ja, quasi das, was wir bei der Differenz hier oben haben. Und damit bekommen wir natürlich nur die Differenz. So, jetzt müssen wir das Union nochmal selber implementieren. Und das machen wir, wie hier oben auch. Das heißt, for i in B, füge es hinzu, wenn eben das X da nicht in A drin ist. Also, damit es eben nicht beide, in beiden Mengen drin ist. Also, ähm, if X not in A, äh, i in dem Fall natürlich, i not in A, äh, simdiv.at i. So, was wir hierbei rausbekommen, wollen wir natürlich auch noch rausgeben, print simdiv. So, und dann bekommen wir natürlich dieselben Mengen. Also, das heißt, wir haben hier mehrere Optionen, wie wir das Ganze eigentlich wirklich implementieren. Wir können das Ganze von Hand implementieren. Wir können aber auch die Operatoren hier verwenden. Ähm, versucht so ein bisschen für euch rauszufinden, was für euch, ähm, besser verständlich ist. Und versucht das Ganze wirklich nochmal zu analysieren. Hier ist nochmal der komplette Code. Ihr müsst ihn wirklich einfach nur verstehen. Ihr müsst ihn nicht selbst wirklich, ähm, durchführen oder schreiben können. Wobei, eigentlich wäre es nicht schlecht, wenn ihr es könnt, aber ihr müsst es nicht können. Ähm, aber es soll einfach nur dem Verständnis von diesen ganzen Operatoren ein bisschen unter die Arme greifen. Für die Leute, die schon ein bisschen coden können. Okay, dann war es das von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.